Haben die bei mir gekommen? Weischt gelb? Ich. Komm. Warte, ich habe noch ein Juwel gefunden, das tue ich da gleich rein, ich muss es nicht mitschlapfen. Welche Farbe bist du, Simon? Ja, da wo du gerade die Tür aufgemacht hast zu mir. Oh. Okay, dann ist wieder das. Wer hat das Horn geblasen? Horn wie wie? Ja. Komm, bin ich da halt. Achso, ja was ist? Da kannst du klettern. Bist du der blaue Power... Power Ninja wollte ich sagen. Ich bin Crip. Blaue Power Ranger. Ich bin der Crip. Ich bin der Crip. Ah, wie lange ist denn der Gang? Huio! Es ist nicht der, es ist schon anders wie ich... Ah, es ist der Rauchding da, ja, ich sehe dich. Ich habe den Schlüssel zum Büro des Direktors. Da war einfach nur noch ein Rubinverste... Ja, da ist ja... Daniel, da! Markus! Ja? Da im Scheisshaus, den hast du nochmal ein Hackergerät. Okay. Es riecht komisch. Ich habe jetzt einen Eimer aufgesammelt. Weil du ein Eimer bist. Da ist's. Da ist's. Ich bin den da aus. Oh, neben dem Laser. Ich habe zwei silberige Nähpferdstatuen. Da bist du. Ah ja. Ach ja. Der hat sie schon abgehackt. Bin ich gerade rausgekommen. Äh, wo sind wir denn gestartet? Ja, Eimer. 20 Dollar. Ja, was? Wer ist denn der gelbe Power Ranger? Ich habe schon mal gesagt, dass du uns den Cash holst. Juhu. Sonne. Wunderlich. Krassiers. Das sind Team Tachets halt. Na, da ist jetzt einfach die Lampe explodiert. Oh shit, da ist der Geist. Ja, ja. Von dem kannst du eigentlich gar nichts tun. Von dem musst du eigentlich wegrennen. Doch, doch. Eine Fotokamera gibt's. Ja, eine Foto. Aber das kannst du fünfmal machen. Aber von dem vorigen kannst du dich einfach verstecken. Und von dem musst du, glaube ich, wegrennen. Aber der war jetzt sogar da und hat einfach nichts gemacht. Oder ihr zwei? Ja, jetzt. Das habe ich. Deinen Schlüssel habe ich. Ja, aber dann tu auf. Jetzt chill mal. Bei der Linie. Gut. Wo hast du Fotokamera? Look. Ich habe keine Angst mehr. Nein, wo kein Brecher ist. Da habe ich auch. Da habe ich nichts denn. Da habe ich nichts denn. Da habe ich nichts denn. Oh, ja, aber Sicherung von den. Da habe ich nichts denn. Da habe ich nichts denn. Oh, nein. Ich habe den Schlüssel von raus gehört. Ich habe den Schlüssel für Lagierraum 2. Lag, Lagierraum, zwei. Lag, Lagierraum, zwei. Oh, da kann man klättern. Das stiehlt da. Ist das jemand? Das Viech ist gerade auf mich zuhelfen. Da musst du drauf bleiben können. Achso. Und tschüss. Na, ich hab die Fotokamera. Du musst mich holen. Ja, ja. Ich bin auch da. Du hast mich gebaitet. Das ist ein scheiß Handy schon wieder. Also wenn ich mir den Ausgang finde, kann ich aufsperren. Ja, bist du da schon so ausgerummt. Das ist schon so ausgerummt, ne. Ich bin im Kontrollraum. Schlau auf, Mann. Ich bin auch nicht gern. Nein. Irgendwie beruhigt mich die dramatische Musik nicht wirklich. Ah ja, mich auch nicht. Das hat sich auch gern... So, was tun wir jetzt noch? Das... Er sagt mich. Der Groot hat mich. Ich lieg da genau... Ja, der Schwarze. Na? Ja, ich muss... Ich kann ja nicht durch die Laser durchzimmern. Oh doch. Könntest. Okay. Ah, ich hab eine Sicherung. Achso. Jetzt wär ich auch da. Genau, dann fahr ich da mal durchgehen. Ja. Wo ist da? Sollen wir da der Tresor aufziehen? Oh, 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 oh. Was ist das für mich? Ich hab ein Foto gemacht. Ja, komm zurück. Machen wir die Tresor. Es entwickelt noch. Ich hab jetzt auch noch die Tür dazugemacht. Die sind mir so ein Eierköpfe. Uffe rechts, links, Uffe rechts. Da ist er, jetzt warte. Da ist er, jetzt warte. Rechts, A, B, links, links, rechts. Guck mal da gleich auch nicht hin, ich geh. Ja. Ich hab ein Mikrofon aufgenommen. Mikro? Mhm. Er hat mich. Jetzt muss ich noch nicht fotografieren. Doch, wenn er ihn hat, kannst du auch fotografieren. Lass ihn los. Ja, aber der Markus ist schon tot am Boden gelogen. Und zu reviven kostet ja nichts. Nerven. Oh, da ist eine Sicherung. Stohle. Der Knopf bitte locken. Da ist er. Welche Sicherungen haben wir? Eins. Also ich hab keine. Ja, dann haben wir drei. Oh, der Beste. Aber der Knopf ist nicht auf der Seite. Da ist der Ausgang, gell? Für nachher. Wir machen gleich auf. Wir haben uns verhältnis goldenen Nilpferd. Ja, da ist noch der normale Wartungsraum. Da müssen wir den noch eine Sicherung umtun. Ja, ja, ja. Mach ich schnell. Ich hab noch Lagerraum 2 Schlüssel. Wartungsraum ist offen. Ja. Bin drin. Ist aber sauber nix hinten. Er hat mich. Denk mal raus. Bist du in der Hose? Ja. Ja. Aber dann geh die Tür nicht einfach zu. Oh, oh, okay doch. Der Tresor ist nicht da. Wir sollten noch 2.000 in den Täschern tun. Oder 1.400. Ja, ich hab 13.000 hab ich noch. Okay. Ich hab nicht so viel. Beruhigt sich die Musiker irgendwann wieder mal. Ja, ist Lagerraum 2. Ja, warte. Ja, ich. Was lau dich nicht da? Jingle. Danke. Was hast du mir geklaut? Aber da waren wir ja schon. Das jemand hat mich abgeschossen. Was? Da wär nochmal der Brickstange, ja? Wie legst du da am Boden? Ja. Was ist bei dir los? Oh, na. Ich sitze. Ah, scheiß. Oh, oh. Vollfleisch. Wir sind so Räuber. Wo ist jetzt das scheiß goldene Nilpferd? Ja, das wird im Tresor, den ich sehe. Ja. Ja. Nee. Besser ist erklärt, dass die Musik nicht mehr aufhört. Im Glück hör ich die Musik nicht. Versucht nicht, oder wie? Nein. Nein. Aber ich habe letztes Mal einfach nicht mehr aufstehen können. Das ist ja du so. Oh, er läuft da hinter euch. Nein, jetzt. Oh, shit. Ich habe ihn fotografiert gerade Panik. Es ist ihm scheißegal. Sorry. Bringt nichts. Es bringt... Doch, schön. Läuft es langsam. Das tut er doch immer. Jetzt ist er da. Ja. Ja. Ich glaube, ich verrecke gerade. Da hinten ist Giftgas. Er verfolgt immer noch mich. Na? Kleiner Wichser. Er ist immer noch da. Der Markus ist gar gestorben. Markus, wo bist du gestorben? Nein, ich bin ja nicht gestorben. Oh, er ist weg. Er hat ihn fotografiert. Jetzt bin ich tot. Wo ist er? Mit dem Tresor. Wo ist er? Mit dem Spawn. Mit dem Spawn? Ja, einen von den Abzweigungen. Ah, da, ja. Bevor wir ins Klo gehen. Schnell, schnell, schnell. Geh auf. Unterdurch, unterdurch. Was ist das? 9 Sekunden. Nice. Okay. Er ist da hinter uns. Ja, bloß ist heim. Achso, das ist schon der Falsche. Ja. Bloß ist heim. Warte. Ich hab bloß mal einen falsch gesehen. Uffe, uffe, rechts, abe, 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 links. Langsam geht es auf. Die hören schon. Ja, ist schon der Tür. Lass mich durch. Jawohl. Kameraden geschützt. Au, au, au. Ja, ist gut jetzt. Scheisse. Scheisse. Also, scheisse. Also, auslassen. Auslassen. Das ist Grip. Wow, ich bin tot. Was? Nein. Ich bin... Ich hab kein Foto mehr. Ich hab kein Foto mehr. Ich hab kein Foto mehr. Wir müssen jetzt den Ausgang vielleicht finden. Oh, er startet schon wieder da. Er hat die. Er verfolgt die. Tschüss. Nein, nein, hattet er nicht. Doch doch. Das ist der feiste Fasor. Das ist der feiste Fasor. Komm ich schon wieder. Okay. Wir müssen da durch die Tür. Er kommt schon wieder. Schnell, 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 schnell. Nein, ich hab auf. Rest mich gleich. Einer Rest, noch einer unterhalb. Ich bin unten durch. Nein, ich hab mich schon wieder. Mann, was tut's dir? Der Knopf ist ruck. Rest ihn. Ich hab ihn. Los, 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 los. Wo war denn der Name? Irgendwo da. Wo da weg, weiß ich nicht. Ich renne nur in Vermutung, gell? Das passt. Ja, das passt. Wir müssen noch zusammenbleiben. Wenn der eine fickt, können die andere arresten. Das ist eine gute Strategie. Ja, da, da, da. Ja, da. We did it. Ich sehe, du kannst als Einzelner auch gehen. Wenn die Tür schon offen ist. Ich bin weg, wieder schon. Viel Spaß euch. Der meetingsstum. My team ist ein Tauch. Ich gilt es ganz schön. inne.